Liebe Guxagenerinnen und Guxagener, wie ihr wisst, setze ich mich schon seit Jahren für unser schönes Freibad ein. Ich habe viele Sanierungsmaßnahmen persönlich begleitet. Unser Freibad ist ein Ort für alle Generationen, die hier ihre Freizeit verbringen, sich erholen oder etwas für ihre Gesundheit tun. Unser Freibad muss attraktiv und familienfreundlich bleiben. Und genau deshalb werde ich mich und die SPD in den nächsten Jahren für ein Kinderplatzbecken oder alternativ für einen Wasserspielplatz für unsere Kleinsten in unserem Freibad einsetzen. Ihr Uli Brandenstein